Der Tick-Trader zeigt verschiedene Arten von Tick-Charts an und bietet die Möglichkeit, Handelspositionen sehr schnell einzugehen und zu schließen. Einrichtung Ziehen Sie den Tick-Trader per Drag & Drop aus der Liste Expert Advisors im Navigator-Fenster des MetaTrader 4 auf einen Chart. Stellen Sie sicher, dass die Kästchen neben Allow Live Trading und Allow DLL Imports mit einem Haken versehen sind und Auto-Trading aktiviert ist. Sie können den Tick-Trader nun verwenden. Anzeige des Tick-Traders Sie können den Tick-Trader überall auf Ihrem Desktop oder im Chart platzieren. Wenn Sie ihn an den Chart anheften möchten, klicken Sie auf das Symbol oben links und wählen Sie Pin-Unpin. Ziehen Sie den Tick-Trader anschließend auf die gewünschte Größe. Wenn Sie den Tick-Trader vom Chart lösen möchten, können Sie auf die Schaltfläche Enlarge klicken, sodass er den gesamten Bildschirm ausfüllt. Überblick Der Tick-Trader zeigt zunächst einen Tick-Chart an, in dem jede Änderung des BIT oder ASK abgebildet wird. Um den angezeigten Markt zu ändern, klicken Sie auf die Schaltfläche oben links und wählen den Markt aus dem Dropdown-Menü wie folgt aus. Wir haben uns für den Euro-Dollar-Kurs entschieden. Das Feld oben rechts zeigt den aktuellen Gewinn oder Verlust und die Lotgröße an, sowie ob eine Long- oder Short-Position vorliegt. Unten rechts werden die aktuellen BIT und ASK-Kurse angezeigt. In dem Feld daneben geben Sie die Lotgröße ein, die Sie handeln möchten. Wir ändern Sie auf 0,1 Lot. Handel mit dem Tick-Trader Der Tick-Chart-Trader soll einen schnellen Ein- und Ausstieg ermöglichen. Deshalb erfolgt der Handel über die Tick-Chart-Trader-App auf First-in-First-out-Basis. Das heißt, ein Verkauf schließt die vorherige Kauforder und umgekehrt. Platzierung von Orders mit der Maus Sie können Kauf- und Verkaufsorders platzieren, indem Sie auf den BIT oder ASK-Kurs in der unteren rechten Ecke klicken. Es erscheint ein Pop-up-Fenster, in dem Sie den Trade durchführen können. Je nachdem, ob Sie auf den BIT oder ASK-Kurs geklickt haben, ist eine Kauf- oder Verkaufsorder voreingestellt. Der Wert, den Sie im Feld für die Lotgröße eingeben, entspricht dem Transaktionsvolumen. Mit der Maus kann man sehr schnell mit zwei Klicks handeln. Sie können eine offene Position schließen, indem Sie auf die Positionsgewinnanzeige oben rechts klicken. Es erscheint ein vorausgefülltes Order-Fenster zur Schließung Ihrer Position. In diesem Beispiel sind wir mit 0,1 Lot Long positioniert. Wie Sie sehen, ist das Fenster mit einer Cell Order in Höhe von 0,1 Lot vorausgefüllt. Platzierung von Orders mit der Tastatur Anstatt mit der Maus können Sie auch mit den Tasten B, S und C handeln. Mit der B-Taste öffnet sich wie bei einem Klick auf den ASK-Kurs das Order-Fenster mit einer vorausgefüllten Buy-Order. Mit der S-Taste öffnet sich wie bei einem Klick auf den Bit-Kurs das Order-Fenster mit einer vorausgefüllten Cell Order. Mit der C-Taste kann die Position wie bei einem Klick auf die Positionsgewinnanzeige geschlossen werden. Nach dem Drücken einer dieser Tasten können die Order-Details verändert werden. Sie können von der Schaltfläche Place Order zum Volumenfeld wechseln, indem Sie den Standard-Shortcut Shift plus Tab verwenden oder die Leertaste drücken, anstatt auf die Schaltfläche Place Order klicken zu müssen. Sie können das Order-Fenster schließen, ohne einen Trade zu platzieren, indem Sie die ESG-Taste drücken. Orders schnell mit der STRG-Taste platzieren Sie können die STRG-Taste nutzen, um eine Order noch schneller zu platzieren. Die Option muss im Order-Fenster aktiviert werden. Öffnen Sie dieses mittels einer der oben beschriebenen Methoden und setzen Sie ein Häkchen bei Allow Control Key for Quick Order Entry Box. Sie brauchen keinen Trade zu platzieren. Sie können die Option für die STRG-Taste aktivieren und anschließend das Order-Fenster schließen. Statt das Order-Fenster zu öffnen und dann auf die Place Order-Schaltfläche zu klicken, brauchen Sie dann nur auf die STRG-Taste zu drücken. Schauen wir auf die Optionen für sehr schnellen Handel. Mit STRG-Plus-B oder einem Klick auf den Ask-Kurs bei gedrückter STRG-Taste wird eine neue Buy-Order mit dem in der Fußzeile angezeigten Handelsvolumen platziert. Mit STRG-Plus-S oder einem Klick auf den Bit-Kurs bei gedrückter STRG-Taste wird eine neue Sell-Order mit dem in der Fußzeile angezeigten Handelsvolumen platziert. Mit STRG-C oder einem Klick auf die Positionsgewinnanzeige bei gedrückter STRG-Taste wird Ihre offene Position geschlossen. Charts Die App bietet eine Vielzahl unterschiedlicher Arten von Tick-Charts, auf die über das Dropdown-Menü rechts neben dem Symbolmenü zugegriffen werden kann. Tick-Charts Wie Sie gesehen haben, zeigt das Tick-Chart jede Änderung des Bit- oder Ask-Kurses an und das Chart wird aktualisiert, sobald sich einer der beiden Kurse ändert. Die Zeitspanne zwischen den Punkten auf dem Chart kann variieren, je nachdem wie aktiv der Markt ist. Tick-Speed Im Tick-Speed-Chart werden die Ticks und die Zeit zwischen den einzelnen Ticks anhand der grauen Balken angezeigt. Die Zeit ist ein gleitender Durchschnitt, der über eine bestimmte Anzahl von Ticks berechnet wurde, die in der oberen Leiste angegeben sind. So kann beispielsweise die durchschnittliche Geschwindigkeit der letzten fünf Ticks angezeigt werden. Je kleiner die grauen Balken sind, desto kürzer waren die Abstände zwischen den Ticks. Time-Charts In den Time-Charts wird jeder einzelne Tick angezeigt. Die X-Achse ist jedoch in gleiche Zeitabschnitte unterteilt. Da die Häufigkeit der Ticks von der Marktaktivität abhängt und nicht von der Zeit, kann das Chart Aktivitätsausbrüche zeigen, die von Perioden mit flachem Kursverlauf unterbrochen werden, in denen keine neuen Ticks auftreten. Tick-Candles Hierbei handelt es sich um ein traditionelles Kerzen-Chart mit Anzeige von Eröffnungskurs, Hoch-, Tief- und Schlusskurs, wobei die Kerzen jedoch nicht einen Zeitabschnitt, sondern eine bestimmte Anzahl an Ticks abbilden. Wenn die Anzahl an Ticks für das Chart auf 5 eingestellt wurde, kann eine Kerze einen Zeitraum von einer Sekunde bei sehr hoher Marktaktivität bis hin zu einer Minute bei geringer Marktaktivität darstellen. Tick-Charts zeigen Daten ab dem Zeitpunkt an, an dem die App gestartet wird. Ein Zugriff auf historische Tick-Daten ist nicht möglich. Einstellungen Weitere Einstellungen können unten links vorgenommen werden. Chart-Shift Wenn Sie auf die Schaltfläche Chart-Shift klicken, entsteht ein Freiraum rechts neben dem Chart, um künftige Marktbewegungen zu antizipieren. Angezeigte Historie In dem Menü Max-Chart-Length können Sie feststellen, wie viele Ticks im Chart angezeigt werden. Chart pausieren Mit der Pause-Schaltfläche können Sie die Aufzeichnung des Kursverlaufs anhalten. Die Software sammelt weiter die Tick-Daten und aktualisiert den aktuellen Kurs und die Positionsgewinnanzeige. Download Mit der Download-Schaltfläche können Sie die verfügbaren historischen Tick-Daten als CSV-Datei herunterladen. Hierin sind Datum, Bit und Ask-Kurs enthalten. Tick-Trader Zusammenfassung Wie Sie gesehen haben, ist der Tick-Trader ein persönlicher Handelsassistent, der eine Vielzahl von Funktionen bietet, die Ihnen helfen können, effizienter zu handeln, da Sie von besseren Tools und Informationen in Ihrer Sprache profitieren. Weitere Informationen finden Sie in den ausführlichen Benutzerhandbüchern.